Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Infinite Warfare. Es geht ja ziemlich rasant weiter und ziemlich actionreich. Die letzte Folge war lang, war sehr lang, aber es geht schon mal zwischendurch. So, wir sind, ja, wir sind hier. Und jetzt muss man erstmal wieder Waffen holen, beziehungsweise ich brauche Muni. Ja genau. Ja, mach das. Jetzt haben wir so ein provisorisches Lager, denke ich, mal aufgerichtet. Ach guck mal, Terminal können wir benutzen. Irgendwelche Empfehlungen, Griff? Was auch immer die meisten tötet und mir noch ein paar übrig lässt. Sehr cool. Ich glaube fast, dass wir hier nicht mehr ganz so lang brauchen werden. Nicht alles ist noch unversehrt. Ich habe Ihren Satz auf dem Tisch hier drüben, Sir. Oh, I like. Griff, ich brauche Sie an der Waffe. Ja, Sir. Mac, Sie leiten Team Echo. Ich werde bereit sein, Captain. Ja. Wunderherrlich. Fulgast, dann legen wir los, hm? Also wenn es so actionreich vorgeht, dann bin ich natürlich auch, dass ich nicht so viel erreden werde. Weil es zur Stadt finde ich auch, meiner Meinung nach, oft mal nicht dumm. Oh. Oh. Naja. Ja, wir haben einige Leute verloren. Leider. Leider. Eason. Wer ist im Cockpit? Buck, wir sind in guten Händen. Borgs. Tief fliegen und Radar und Luftverteidigung meiden. Aye, Sir. Das hier ist für Sie, Captain. Ach so. Was ne? Schubrüstung. Ah. Wir haben nur wenige, aber ich wusste, Sie schaffen es, Sir. Freut mich, Ihr Titel. Oh. Grünes Lichtbox. Vollgas. Statt ihn. Drei, zwei, eins. Alle hergehört. Wir kämpfen hier nicht um zu gewinnen. Wir kämpfen damit die für die wir kämpfen nicht verlieren. Zuhause gibt es Milliarden von Menschen, die nicht wissen, was wir hier tun. Aber sie werden von unseren Taten erfahren. Viel Glück da draußen. Hurra! Unser Primärziel ist die Infiltrierung der Orbital-Plattform. Direkt zur Schiffswaffe zu fliegen geht nicht wegen ihres aktiven Abfangsystems. Also wird es ein Bodenangriff. Eastern Sports werden für Ablenkung sorgen, während unsere Ravens am Rand des Plattform-Perimeters eindringen. Wir müssen drei Luftabwehrkanonen ausschalten, damit unsere Vögel reinkommen und Unterstützung leisten können. Ich weiß, die Antillerie, die ich von der Olympus-Monster beordert habe, an die Luftabwehr anzugreifen. Captain, ich gebe Ihnen den Zugriff auf eine Drohne, um die Angriffspositionen zuzuweisen. Das wird Bombe. Bestätigt, Ethan. Sind die Kanonen ausgeschaltet, dringen wir in die Anlage ein und hoch zur Schiffswerft. Okay. Also das heißt, viel geballert. Voll Gas. Voll Gas. Voll Gas. So, ich bin jetzt hier in der Anlage. Ich bin jetzt hier in der Anlage. Okay. Ich bin jetzt hier in der Anlage. Aber ich mag Bodenangriffe, ehrlich gesagt, lieber. Ich hätte jetzt was zu sagen dürfen. Komm, wir müssen erst mal vor. Unten bleiben und Deckung suchen! Komm, wir müssen erst mal in die Luft. Ich dachte, ich könnte es in die Luft jagen. Luftabwehrkanonen machen uns fertig. Das sind die ersten beiden Luftabwehrkanonen. Okay, Ethan, Feuer auf Luftabwehrkanone! Die Kanonen aushalten, damit unsere Jekylls durchkommen! Uh! Luftabwehrkanonen greifen Jekylls an! So! Start! Oh nein! Ich muss mich verzecken. So, machen wir nochmal. Starker Beschuss durch Luftabwehr! 20C bestätigen. So. Die Luftabwehrkanonen lassen nicht nach! Nochmal! Gibt es doch! Spiel markiert! Ziel wurde getroffen! Die erste Luftabwehrkanone ist zerstört! Verstanden! Echo-Unterstützungseinheit ist unterwegs! Wir bringen sie durch die Tür! Echoator erreicht! Techniker brauchen Zugang! Verstanden! Wir brennen uns durch! Ja wunderbar! Schau mal, jetzt habe ich... Schau frei! Rein da! Der Eingang will mit von der SRF! Alle ausschalten! Anti-Schwerkraft gemacht! Ne, das wollte ich jetzt nur... Ich möchte eine andere Kram haben, ok. Ich habe auch Granate geworfen! Ich habe auch Granate geworfen! Schwer für den Schwer! Schwer für den Schwer! Schwer für den Schwer! Oh, Alter! Nein! Nein! Oh! Verstanden! Wir brennen uns durch! Schwer-2-Reindad! Der Eingang will mit von der SRF! Alle auspacken! Oh, komm. Kann mich doch niemand treffen jetzt. Hat einen Blödsinn. Yay, guck an. Noch mal. Verwundet. Was hält denn der aus? Oh nein. Unsere Leute stirbt. Oh nein. Oh nein. Ich kann ihn dann von hinten, glaube ich. Ah ja, du machst es. Okay, dann machen wir nochmal die Monster. So. Jetzt kann ich ja eigentlich gar nicht so viel machen, ne? Oh nein. Das müssen wir nochmal machen. Also hier. Machen wir mal hier. Das sind auch die anderen bestimmt auch. Shit, ich hab keine Munde mehr. Schockgranaten. Einsatz bei meiner Position. Verstanden. Verbündete nähern sich. Schockgranaten. Schockgranaten. Schockgranaten und Munde. Sehr gut. Ja. Schockgranaten. Da sind wir. Alles. Wir müssen sie ausschalten, um weiterzukommen. Ach, Spreck an. Hier unten. Elf Uhr, zwölf Uhr, dreißig Uhr. Oh! Ihr übernehmt die Türen. Ich gebe Deckung. Ich helfe bei der Tür, Commander. Gut an ihrer Seite zu kämpfen, Sir. Sehr schön. Sehr schön. Und immer Vollgas. Zeugt sich jetzt weg! Und der Zerb! Kaiser! Er ist tot, Reyes. Scheiße! Das war doch klar. Zwei, sechs Anraider. Die Luft auf der Zerfettstons. Zone ist unterwegs und bereist. Warten auf ihr Ziel, Sir. Die Luft auf der Kanone markieren Reyes. Ja. Nachricht. Die FDF hat unsere Drohnenverbindung überlistet. Der Schuss muss sitzen, Sir! Ziel markiert! Verstanden! Feuer! Wup, wup! Ziel zerstört, Sir! Sehr gut. Läuft doch! Oh! Oh! Scheiße! Ich hab mir grad gedacht, das ist bestimmt ein Abgrund. Nooo! Gut gemacht, Commander! Okay. Das war jetzt ein bisschen... Oh! 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 Oh klar, wir nicht! Zur stürmisch! Zur stürmisch! Man laden erstmal nach. Sonst haben wir wieder nichts zum Schießen. Oh! Deckungswände! Guck an. Auf in der Munition auch, so viel Zeit muss sein. Juhu! Oh je. Oh, da sind einige, hm? Abschuss. Da geht's nimmer. Ist keine mehr, da flackt das nur alle. Upsa. Boah, da kommen aber einige hin. Keine Schockgranaten mehr. Oh nein! Ich wollte mich grad noch so ein bisschen orientieren, was da durch ist. Okay, pass auf. Die sind so... Mega krass auch, ne? Sehr gut. Ich glaub, da hätte schon wieder ein Abgrund sein können. Halten für Schild. Lade nach! Das ist unsere Schwachstelle! Das sind die Händen und Kaffee-Kanonen. So nahe für Gefechtshäften. Wie er sehr verstoffiert. Kein andere Kaffee-Kaffee. Staffel! Feueranfrage! Ich muss die Luftabwehr loswerden! Verstanden. Warte auf Feuerbefehl. Zeit zum Ziel. Zehn Sekunden. Oh, Kanaten! Oh! Wieso nicht selber Kanaten zu werden? Ich seh es! Ankunft! Zeit fünf Sekunden! Scheiße! Feuer frei für Jackals! Verbündeten A! Scheiße! Verdimmt! 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 hatten für schild auffällende munition dann hat mich das ist unsere schwachstelle ich muss die luftabwehr loswerden verstanden auf feuerbefehl ich sehe es ich habe nichts mehr Wir haben keine Wahl. Verstanden, Commander. Ich rammel die Kanonen. Viel Glück, Sir. Ja. Mach das. Ja. Los, los, los. Bronte, bronte. Schild. Ein Schilder. An alle Stationen. Die Luftabwehrkanonen sind erledigt. Wir gehen weiter. Wenn wir die Brücke passieren, sind wir drin. Gute Arbeit, Commander. Wir sind drin. Rein da, los. Los, los. Warte. Ich bleib mit meinen Marines hier. Verschaff ihnen Zeit, Sir. Sie begleiten den Käpt'n. Ich bleibe. Guter Mann. Hier, nimm. Na los. Ich lebe für ein gutes Gefecht. Ihr drei, ihr geht mit Griff. Heizen sie ihn gut ein. Okay, ihr zwei, da geht uns Deckung. Du nimmst die andere Seite. Ich weiß nicht. Wenn man immer so viel redet ja noch mit denen, dann ist es eigentlich nicht so gut, oder? Ein Team so. Erledigen wir es und dann hauen wir ab. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Das machen wir. Bis dann, ciao. Mill prisons liven, oder? Boah, so. Bis dann. Bis dann. Bis dann.